hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir hier so schaut es aus wir haben heute neue goldhelden die ersten 97 goldhelden wir haben neue club champions oder champions club karten und wir haben ein paar primetime karten die wir uns anschauen müssen das ist der fahrplan für heute und wir fangen gleich direkt mit den 97 goldhelden an das upgrade verfahren dazu ist ihr braucht den silberhelden und zwölf icon collectibles also das in den kosten mit bedenken ungefähr 600.000 münzen die an wert hier ein rein buttert bloß durch den silberhelden schauen wir uns mal alle an also den anfang macht von den la kings der 97 marcel dion ein center 175 groß 86 kilo mit dreimal funke und dreimal lammknipser also rein vom wert her mit mit 95 am face-off wäre natürlich ein center mir persönlich wäre als center zu klein und mit der mit der geschwindigkeit beschleunigung das heißt wir sind bei 98 beschleunigung bei 97 geschwindigkeit schussperfekt hände perfekt klasse linker flügelspieler da würde ich aber nicht auf den upgrade von von timo selene warten der ist noch mal ein stück größer und hat aber eigentlich 1 zu 1 die gleichen werte bisschen weniger widerstandsfähigkeit timo selene aber so wäre mir der fast lieber dass die die der lammknipser an sich bringt allein die balance auf 98 hoch sonst tut sich ja nichts mehr als auch eine fantastische karte ich weiß gerade ob mit den ganzen mit den ganzen team of the season karten wo die synergien ja viermal haben teilweise oder eigentlich alle ob sich da wirklich noch lohnt also so jeden goldhelden oder silberhelden abzugraden da würde ich halt wirklich auf den auf den upgrade von den großen drei also von maril emu wayne gretzky und hiele fleur warten und von denen hier guckt im auktionshaus was er was er kostet guckt um wie gesagt ihr wisst wie viel wie viel es wert ist den zu machen würde ich erstmal abwarten bevor jetzt da gleich die die ganzen collectivals verbraten würde nur so ein tipp von mir der nächste goldheld ist von den edmund eurer sonne sehr beliebte karte von der bronze karte weg eigentlich schon und zwar der 97er paul coffee ein rechter verteidiger 1 83 groß 93 kilo mit dreimal verteiler und dreimal deep also hier ist der mittlerweile der dieb eigentlich schon vollkommen überflüssig weil stick checken ebay 99 ist und face of real center so gut wie nie sagen wir eigentlich nie spielen also macht hier wenig sind wenn wir lieber die die den den die bei einem center zu haben oder nach drei center aufgeteilt wer jetzt noch den den 93 oder 94 sidney crosby hat und den goldenen paul coffee hat dann halt in den crosby auch auf auf 98 face of dafür macht es dann schon sinn aber hier war halt wirklich was besser gewesen was noch die einzigen schwachstellen ausmacht servus die einzigen schwachstellen ausmerz das wäre dann eigentlich nur noch die beschleunigung die ist dann bei 98 mit dem funken also irgendwie workhorse oder sowas das wäre die einzige möglichkeit um diese karte überhaupt noch zu verbessern natürlich auch eine bombenkarte und auch wenn ihr den jetzt upgradet ist der bis zum ende vom spiel in eurem liner weil was soll da noch groß besseres kommen also fantastische karte upgrade auf jeden fall empfehlenswert aber mit abstrichen weil eben der dieb hier eigentlich nicht benötigt wird lieber bei irgendwelchen centern wo es dann hoch geht oder dann wirklich am schluss hard and soul anmachen dann ist es face of ja eh nochmal um vier hoch also upgraden ja wenn möglich ansonsten nicht ganz klipp und klar ganz klar formuliert soll den abschluss von unseren goldhelden servus macht hier von den boston bruins der grund warum ich überhaupt eisdruck gespielt habe oder angefangen habe damit zu spielen der 97er ray borg ein rechter verteidiger 1 80 groß 100 kilo mit dreimal salve und dreimal workhorse also auch jeder der schuss leicht unter 99 geht dann mit der salve natürlich ab 99 auch body checken auch super dafür dass 89 ist sind wir mit dem funken auch noch mal im hohen 90er bereich workhorse sind wir damit mit dem funken bei 98 beschleunigung 94 geschwindigkeit also auch hier eine bombenkarte genauso wie bei paul koffe die noch braucht wenn ihr synergien braucht wenn ihr keinen von den team of the season karten oder team of the year karten im team habt dann upgrade auf jeden fall empfehlenswert aber die ganzen team of the season karten haben halt ein bisschen den reiz von diesen goldhelden genommen sag ich mal aber gut dann haben wir neue neue karten in den club champions und zwar vom schwedischen meister da hat sie immer wieder nicht geschafft die richtig einzuordnen deswegen müssen wir hier in die shl rein und gehen zum neuen schwedischen meister zu den vexio lakers so und da geht es ungefähr kilo vom fast gab so viele karten ja gar nicht mehr gewusst gehabt okay also den anfang macht hier der 88er robert rosen einen center 1 80 groß 80 kilo mit dreimal mit zweimal verteiler zum adip also hier ist genau gut der adip da geht das faceover rating auf 2 90 hoch passt optimal klar ist eine ziemlich lahme ende mit 79 beschleunigung von der 88 karte ist natürlich wäre jetzt zwei meter 15 groß wäre es okay so selbst dafür ist es zu wenig also definitiv keine empfehlung aber hier so muss eigentlich die karte sein im finance center mit mit die das eben das face-off auch wirklich hoch geht so macht sind nicht bei paul coffee der eben ein verteidiger ist dann der 88 brandon's ein rechter flügelspieler 1 88 groß 98 kilo mit zwei barrage und zum hauitzer wenn er von haus aus schneller wäre dann wäre das richtig gut aber so ist man mit mit dem hauitzer angraben bei 87 geschwindigkeit gehen auf 90 hoch beschleunigung auch nur bei 83 ist auch dann doch zu wenig schussweit stark da ist dann auch wirklich schon der der die salbe pflicht anzumachen hände eigentlich nur bei 86 im schnitt auch nicht wirklich toll in der eigenen zone kann man so lassen mit 91 body checken aber jetzt auch keiner der mich wirklich hier von meinem durch gesessenen stuhl haut dann gab es schon aber auch zuletzt im team der woche der goalie der non-asker goalie eric kellgren 1 91 groß 90 kilo mit sommer verteilern zum mal schwarm auch hier wieder ganz deutlich sichtbar bei 87 die cap grenze weil eben über 190 groß ist also geschwindigkeit agilität ich habe schon so runter gepredigt ihr wisst was ich meine von dem her glaube flow ist bei 490 das oder und die sticklo bei 95 aber glaube high nur bei 89 also auch kein dem als als nummer eins im tor spielen lassen will und ich denke mal es gibt bessere oder billigere karten wie als backup den spielen zu lassen wie den eric kellgren hier dann der 90er mika koivisto rechter verteidiger 1 83 groß 88 kilo mit zweimal schwarm und zweimal workhorse machen wir alles an er geht dann auf 91 beschleunigung mit dem funken auf 88 geschwindigkeit die erste 90er karte würde ich mir von haus aus schon wünschen hier bei ihm auch ganz komisch weil normal ist ja bei diesen 90er karten immer die haben immer 99 schuss kraft aber dann eine komische genauigkeit und eine schlechte genauigkeit hier ist eigentlich beides sind wirklich toll auch keine synergie dabei die auf dem schuss drauf geht also auch einer von dem er abraten kann hier dann der 91 marcus sylvegard recht linker flügelspieler 1 83 groß 86 kilo mit sommer balance und sommer lamm knipser auch hier wird ziemlich lahm schusskraft ist hier höher höher auf jeden fall genau ich kann jeder mit dem langen bis auf dem handgelenkschuss noch ein bisschen hoch ist okay hände sind soweit gut body checken kann man so lassen er ist nur 183 aber jetzt auch keinen wenn man die ganzen anderen karten anschauen mittlerweile gibt auch kein nemer unbedingt braucht man die kammer schon kammer gehabt der 91er emil pettersson 1 center 188 groß 80 kilo mit harten sollen wingman harten soll macht hier sogar sinn dass es facer rating ein bisschen hoch geht schuss hier bei 95 kraft bei 90 90 und 91 genauigkeit ist okay hände bei 90 kann man so lassen und man bringt nach 91 beschleunigung 95 damit empfunden und endgeschwindigkeit ist 91 ja ist okay kann man so lassen kann man als sender spielen lassen sondern auch im flügel also gerade jetzt die synergie noch braucht für die vierte reihe wo als letzte synergie noch hard and soul an kriegen will dafür ist er schon brauchbar der kollege hier an der sind die verwandt verschwägert ich habe keine ahnung der einwandsger elias pettersson 1 center 1 88 groß 80 kilo mit zweimal verteilern zum magier hier wieder ganz deutlich mit 78 am face auf natürlich kein sender damit ist ein rechter flügelspieler dafür auch nur 87 beschleunigung 87 geschwindigkeit auch wenn der schuss und die hände echt gut sind body checken bei 78 also das ist auch dann doch wenig verteiler wie gesagt sollte man eh an haben und magier bringt ja eigentlich wenig weil die king ist eh schon bei 98 und pokon rolli bei 97 also bringt hier weniger so nur wegen der synergie da gibt es dann auch der bessere so keine schlechte karte als aber nicht als reine doch ist eine schlechte karte weil es reiner sender geht nicht und das flügelspieler so langsam also nein da an der einen unskart joel person ein linker verteidiger 185 groß 80 kilo mit zwar verteiler und zwar magier auch hier jetzt extrem langsam schuss auch wieder stark und nicht wirklich genau und magier ja für den verteidiger der muss jetzt natürlich die reihen durch tanzen nein dann der annonska fredrik karlström ein auch ein sender 188 groß 89 kilometer funke und mal rasa mit 2 90 am face off und fast 1 90 groß kann man auf jeden fall center spielen lassen aber auch für eine 1 90 karte nur 82 beschleunigung ist dann auch bei 86 ende rasa ist hier schon pflicht genauso wieder verteilt dass man zumindest bei 90 geschwindigkeit sind also auch wer die synergie kompo noch braucht und sich jetzt nicht unbedingt in den den koibu leisten kann aus dem ganz anfang serie ist hier gut aufgruppen body checken geht es in hohen bereich also eine gute karte als sender für die für die rr für die vierte reihe wenn man eben dennoch für die synergien hier braucht dann der 91er richard ginsch ist jemand der ginsch heißt ein linker flügel spieler 185 groß 89 kilo mit zwei mal hat und so und zumal raser mit harren soll wir schon fast ein sender auch nicht wirklich so auch wieder schuss stark aber nicht wirklich ganz genau geht damit mit dem raser zumindest auf 99 genau ich erneut sich kraft endgeschwindigkeit ist dann auch 92 end beschleunigung ist 89 ja hände soweit gut body checken kann man lassen aber auch so eine 08 15 karte wo es das unbedingt mal braucht ja der ist interessant und zwar der 91 goalie victor fast in den playoffs verletzt nur backup zuletzt nachdem er wieder fit war er ist 183 groß 20 kilo mit zwei mal barrage und zwei mal balanced ich habe jetzt ein paar mal spielen lassen bei mir ich habe den den einen unsker team of the season der damit er auch gestiegen ist das ist ganz wichtig zu erwähnen ich habe jetzt ein paar mal spielen lassen ich finde gar nicht schlecht aber wenn er nicht der größte ist also auch hier wenn man wenn man den die die synergie noch braucht und ankriegt ankriegen möchte sollte der auch billiger sein wie der wie der team of the season dafür auf jeden fall eine empfehlung und ich fand es gar nicht so schlecht im tor also muss man echt sagen war eine gute inspiration dann haben wir noch den 92 christian folien ein linker verteidiger 1 90 groß 92 kilo mit zum aber rasch und zum hauitzer eigentlich der perfekte verteidiger bild über 90 kilo über 1 90 groß schuss ja nur bei 89 genauigkeit vom schlagschuss okay hauitzer hier auf jeden fall auch sind ja fahrer der team of the season setzt auf 91 hoch ja 91 oben schon ein bisschen geil sollten auch im markt ein bisschen teuer teurer machen und ich sehe aber diesen jetzt meister ich sehe dass keinen grund groß dass er noch mal steigen könnte außer erst bei der wm dabei ist kann natürlich sein aber erst gestiegen so zurück zum folien hauitzer was pflicht dass er ab zumindest auf 91 beschleunigung und auf 93 geschwindigkeit geht dafür gar nicht mal so eine schlechte karte body checken in der eigenen zone auch bei 95 mit dem blitz dann bei maximal also der hier könnte er echt ein guter werden ich sehe eine gute zukunft dann der 94 pontus hollenberg rechter flügelspieler 1 80 groß 81 kilo mit sommer balance und sommer wingman gute hände der schuss ist so ich ist echt gut geht er noch mal auf mit dem mit dem wingman an auf 98 handgelenkschuss genauigkeit in der eigenen zone body checken bei 94 von den 1 80 großen spieler auch auf jeden fall von vorteil am schluss sind wir dann bei 98 beschleunigung und 94 geschwindigkeit der ist auch echt gut kann man nicht sagen also gerade werfen rechten flügel noch einen noch einen spieler sucht der nicht aus dem messius connor mcdavid oder patrick kane heißt der ist auf jeden fall mit dem hier gut aufgehoben so das war's von denen vom spätesten mal schwedischen meister von den vexio lakers sonst ist übrigens noch keine team of the season karte gestiegen ist weil es die erste wo hoch ging dann haben wir noch weitere primetime karten die man uns anschauen müssen sind glaube ich 1 2 3 fünf stück in der zahl auch interessant was es team of the season betrifft also noch nicht ganz interessant genau berlin fehlt noch das ist auf die habe ich heute gewartet aber ich glaube wexio war danach erst meister also vielleicht kommen die dann morgen ich hoffe es mal und zwar von den primetime es gab es jetzt einen 92er john klingberg es gab es einen 91er das heißt die team of the season karte ist noch nicht gestiegen aber mit dem nächsten schon klingberg steigt dann die 92 team of the season karte auch das ist auf jeden fall gut zu wissen also schauen wir uns den nummer an den primetime der auch natürlich billiger sein soll werft echt ein augenmerk auf die auf diese primetime und team of the week karten die der es hier eben halt nur die zwei normalen standard synergien haben sind die echt im auktionssatz sport billig zu haben also ohne wenn ihr keinen so ein team of the season kaufen wollen das sind die auf jeden fall gut zu haben also john klingberg von den dallas stars ein linker verteidiger 1 90 groß 86 kilo mit workhorse und shut down workhorse ist hier echt pervers man bedenkt er ist so groß und ist dann aber bei 97 beschleunigung und 93 geschwindigkeit schlagschussgenauigkeit ein bisschen gering gehen auf 91 hoch wer jetzt noch die salver dann passt auch aber auf jeden fall guter verteidiger klar wäre mir der team of the season lieber der hat eben die salve auch und den shatter noch das sieht man was dabei rauskommt 95 genauigkeit 99 kraft also der natürlich tausend mal besser aber trotzdem der hier ist echt empfehlenswert den können wir uns auch mal ganz kurz angucken das ist die erste karte manager 20 21 die auf auf 99 hoch ging also der hat alles 99 wenn man auch den verteiler an hat und dann noch die den funken natürlich das ist immer bei 99 die erste komplette 99 karte also wer damals in den investiert hat und gehofft hat dass er paar tore schießt der ist jetzt auf jeden fall nicht nur millionär sondern multimillionär wahrscheinlich auf jeden fall sehr geile karte kann man nur empfehlen wie gesagt alles auf 99 kann kann flügel spielen kann sender spielen kann im tor spielen wenn es sein muss oder der hier noch besser wie jeder connor mcdavid hier gerade auf dem markt das ist schon etwas überraschend dass der der erste so hoch geht so dann haben wir von den calgary flames mal zwei karten und zwar jetzt als erstes den 92 johnny gudrow rechter flügelspieler 175 groß 75 km mit raser und gladiator also bei ihm ist es andersrum da ist die schussgenauigkeit gehöre als die als die kraft mein gut bei dem bei dem körper ist nicht so die kraft dahinter aber trotzdem auf jeden fall schussgenauigkeit ziemlich hoch gehen noch mal zumindest mit dem mit dem raser an auf 98 kraft also auch fast der perfekte handgelenkschuss 98 geschwindigkeiten 98 beschleunigung 99 geschwindigkeit natürlichen mega schneller flügelspieler dafür super aber er ist nur 175 75 kilo also gladiator selbst mit gladiator und funken an body checken dann nur bei er bei 86 87 das ist halt so der einzige abtöner bei ihm so die hände auch bei bei im schnitt bei 99 also fantastische karte wenn man zu kleinen spielern also ich sage ich bei kleinen spieler sage ich immer so 180 gut ich bin selber 180 aber kleine spieler und alles was drunter ist aber schon der richtung zu klein also 168 haben wir ja auch schon gehabt jetzt gestern und vorgestern mir wäre zu klein aber natürlich immer zeugen spielern spielen kann agilität bei 99 der dreht sich auch schnell wendet sich schnell dafür auf jeden fall eine gute karte dann hier auch der nächste namen auch schon paar mal gehabt jetzt der 94er matthew katschak ein rechter flügelspieler 1 88 groß 92 kilo mit raser und magier ja das ist so das genaue gegenteil von 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 johnny gujo also der ist halt echt zwar ein brocken aber auch langsam rasieren bei 91 geschwindigkeit geht dann auf 94 mit dem verteiler und 91 beschleunigung mit dem funken also so wenn man das immer funke und und verteiler hat was ich überhaupt nicht echt ausgehe auch eine super karte ich mag den persönlich hätte von dem herrlich nette spielen was ist bei mir magier ja so nice to have er geht ein bisschen noch die agilität hoch die einen schwarm hochgeht und ist die king geht nochmal auf 99 Das ist auch eine fantastische Karte, aber ich möchte ihn halt einfach nicht haben, den Kollegen hier. So, jemanden, den ich mal haben möchte, aber dann irgendwann doch nicht mehr, ist von den Nashville Predators, der jetzt 93er, Matt Duchesne. Ein Center, 1,80 groß, 88 Kilo mit Gladiator und Shutdown. Also mit 93er und Face-Off kann er auf jeden Fall als Center spielen, das ist super. Aber er kann auch mit 94 Beschleunigung und 95 Geschwindigkeit von Hause so natürlich auf dem rechten Flügel spielen. Also auch eine geile Karte, Gladiator, macht das Body-Check nochmal höher, kann nicht schaden und der Schlagschuss wird mit dem Shutdown an auf jeden Fall fast perfekt. Also auch eine super Karte, auch sehr vielseitig einsetzbar, wer jetzt noch Hard & Soul anhat, ist dann auch bei 97 am Face-Off. Also dann wirklich super Karte, wie die Sydney Crossby-Karten, kann man auf mehreren Positionen einsetzen, das man am liebsten umstellen kann, wenn es mir nicht passt. Der ist auf jeden Fall top. Yossi Saro ist übrigens schon bei 98, nachdem Pekka-Rinn ja mal Zeit lang verletzt war. Also der hier auch fast dabei, über 99 zu werden. Gut, Aggression wollen wir nicht bei 99, aber mit dem nächsten Upgrade kann eigentlich nur noch das Poke-Checking hochgehen um eins. Dann ist aber wahrscheinlich auch Ende. Aber der natürlich auch fantastisch. So, und den Abschluss von den Primetimes macht, gab es auch schon viele Karten von denen, außer den Meister, da haben wir gar keinen gehabt. Und zwar von den Boston Bruins haben wir jetzt hier den 95er Taylor Hall. Haben sie noch nicht geschafft, ihm ein neues Trikot anzuziehen, aber gut. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo mit Funke und Gladiator. Schuss bei 99, Hände bei 99. Geschwindigkeit und Beschleunigung ist von Haus aus eigentlich bei 99. Da ist der Funke schon fast unnütz, mehr oder weniger. Und damit mit Gladiator und Funke an geht das Body-Checken auf 99. Also, einziger Kritikpunkt, ich habe den mal gehabt, ich hatte den Blockbuster mal eine Zeit lang, den 92er, dass die Widerstandsfähigkeit nur bei 77 ist. Also beim Blockbuster war sie noch ein bisschen niedriger. Gut, das müsste man bei Buffalo schauen, ist ja wurscht. Aber das ist so der einzige Abturner. Das heißt, wenn der wirklich mal einen Check kassiert, dann liegt der erstmal und weint. Das ist so der einzige Nachsteller. Aber sonst müsste der normal so schnell sein, dass er gar nicht gecheckt werden kann. Aber fantastische Karte, brauchen wir nicht drüber reden. So, das waren die ganzen Primetime-Karten. Dann haben wir noch einen neuen Spielmodus im Hoodrush. Das haben wir noch übrig. Auch ganz coole Sache hier auf jeden Fall. Geht um die All-Stars, um die Stanley Cup Playoffs, Stars, Masterhelden, was auch immer. Also um Kucherov und um Sergej Gonca. Hier bei Nikita Kucherov, 3 gegen 3, ihr draftet Spieler aus, wo draftet ihr her? Ja, aus irgendjemanden, aus einer Wahl. Und natürlich ist der Kucherov dabei. 3 gegen 3, eine Reihe nur. Wer zuerst drei Tore schießt, gewinnt. Ihr müsst ein One-Hand-Attack-Tor schießen. Ein Toe-Drag-Flip-Tor. 5 durch die Beine-Pässe, 5 durch die Beine-Schüsse und 10 Spiele gewinnen, gibt es 270.000 Punkte hier. Wer noch nicht durch ist, kann hier auf jeden Fall Punkte machen. Und wer auch noch die Aufgabe braucht für die Faden verloren, für die Stanley Cup-Dinger, dass man da eben noch das Icon bzw. Gold-Collectable bekommt, der ist hier mit den drei Toren schnell durch. Bei Sergej Gonca, auch Spieler draften, Sergej Gonca wird dabei sein. 5 gegen 5, eine Reihe und hier ganz wichtig, das erste Tor gewinnt. Also wer jetzt diese 60 Aufgaben noch machen muss, ist hier auch ruckzuck durch. Zwei Schlagschuss-Tore, zwei Tore mit einem Verteidiger. Gut, das soll mit einem 97er Gonca nicht so das Problem werden. 10 Spiele gewinnen, 10 Poke-Checks und 10 Schlagschüsse, die nicht mehr ins Tor gehen müssen. Auch hier gibt es diesmal 250.000 Punkte, beim anderen Mal 270, hier sind es 250, aber gut. Aber hier, wie gesagt, gerade wer jetzt noch diese 60 Sachen braucht, ist hier schnell durch. Ich habe es schon durchgespielt, gerade mit diesem Bring Your Own Liner 5 gegen 5. Da haben wir 30 Tore pro Spiel geschossen, da gab es immer 100.000 Punkte. Mache ich hier recht schnell durch. Ich werde jetzt bloß das noch spielen, wenn ich eben die tägliche Aufgabe hier einen Hoodrush zu spielen und halt für die Meilensteine, für die Objectives von den Stanley Cup Playoffs. Das war es jetzt, was den neuen Content angeht. Noch zwei, was wir morgen haben. Morgen haben wir ein Team der Woche. Ich sage schon lange nicht mehr, ein neues Team der Woche. Wir haben ein Team der Woche. Wir hoffen, dass die Iceberg in Berlin kommen als Champions Club. Leo Pföderl und Co. Wäre schon geil, dass die auch hier drin sind. Und Donnerstag, vormerken, kurz nach 11 Uhr, großes Mega-Pack-Opening, nachdem wir die drei neuen Goldhelden da vorgestellt haben. Die kommen ja auch wieder garantiert. Diese drei neuen 97er machen wir hier. Zu zweit großes Pack-Opening. Alle Hood-Champs, Rivals, Squab-Battles, alles am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr mit Special Guests. Wir sind zu zweit hier. Wir machen den ganzen Abend hier eine Party. Und ja, schaltet auf jeden Fall ein. Wird eine Riesen-Gaudi. Bin schon ein bisschen am Vorbereiten. Wird auf jeden Fall lustig werden. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wie gesagt, mit dem Team der Woche. Ich sage nicht mehr ein neues Team der Woche, weil eigentlich bräuchte man morgen entweder einen Brent Burns mal wieder. Der war schon drei Wochen immer dabei. Oder einen Jordan Carew. Der hat zwar jetzt eine Karte gekriegt, aber das schreckt EA auch nicht davon ab, hier nochmal Karten rauszuballern. Also, das steht morgen an. Und ja, wir werden jetzt noch eine Runde zocken. Und dann sehen wir uns morgen wieder, kurz nach 11 Uhr. Hier live auf meinem Kanal. Und im Anschluss auf YouTube. At NightwCW Gaming. Liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Und lasst mir einen Kommentar da. Und dann bis morgen. Immer dran denken. Sauber bleiben. So schaut's aus. Servus. Aus. Aus. Untertitelung des ZDF, 2020